Viel zu viel Sicherheit konnte letztens meine M16 nicht mit in die Schule nehmen. Außerdem drohte mir ein Lehrer im Physikunterricht, mich aus dem Fenster zu werfen. Seit diesem Moment bin ich zutiefst verstört. Wurde am Ende von der Schule geworfen, weil ich einem Fünftklässler einen Böller in die Kapuze gesteckt habe. Jetzt bin ich am Lessing. Nur Einser in der Schule, bin voll der krasse Boy. Vielleicht bin ich bald Babo hier im schönen Heu. Empfehlenswerter Ort, um Netflix zu schauen. 5 von 5. Schlimmstes Restaurant, in dem ich je gegessen habe. Setzt man sich einmal hin, hat man nur 5 Minuten Zeit, um zu bestellen. Und will man die Bestellung aufgeben, quatscht einen der Kellner 45 Minuten lang nur voll. Ganz davon abgesehen ist das Essen auch nicht das Beste. Hashtag Wirk. Einfach super.